Musik Also wir wiederholen das nochmal von gestern. Wir haben die Milleriten-Geschichte verstanden. April 19 bis Oktober 22. Und dann das Boston Camp Meeting ist Mitternacht die Mitte. Es wird erkannt als die Mitte des Weges und Mitternacht. Wir haben dieses Prinzip genommen. Diese Mitwegspunkte. Und alles, was wir jetzt getan haben, dass wir ein Studium kreiert haben, basierend auf Linie auf Linie. Es ist nichts Neues hier. Wir haben Linie auf Linie. Und wir fokussieren uns auf zwei Geschichten, die sehr ähnliche Thematiken. Eins basiert auf der Zahl 151. Und das andere auf die Zahl 63. 2014, da sind die Charaktereigenschaften markiert, dass dieser Punkt ein Mittelpunkt ist. Wir sind zurück in die Geschichte gegangen. Wir haben zwei Zeitperioden gesehen, die für verschiedene Gründe mit unseren Übereinstimmen passen. und wir haben unsere Linie geschnitten. Und wir machen ein Studium hier Linie auf Linie. Linie auf Linie können wir sehen. Und ich möchte, dass wir uns daran erinnern, dass wir zwei Methoden haben, die wir heute benutzen wollen. Wir müssen intelligent entscheiden, wann wir welche benutzen. Linie auf Linie und voranschreiten. Also wir können unsere Linie schneiden und eine Anwendung dieser Geschichten tätigen. Aber wir müssen auch das Konzept des Voranschreitens verstehen. Und ich möchte uns hier herausfordern, unsere Gedanken und versuchen, dass wir uns daran erinnern, dass Amerika die Probleme, dass es an seinem Anfang mit diesen Problemen konfrontiert war, als wo es Amerika geboren wurde, die gleichen Problematen die gleichen Probleme tun sie auch heute, haben sie auch heute. Wir werden nochmal die Bürgerkriegsgeschichte wiederholen. Da gibt es eine nationale Krise, 1861, der Bürgerkrieg fängt an, die Kirchen kommen zusammen und sie sagen, wir sind unter dem Gericht Gottes und wir müssen hier seinen Zorn beschwichtigen. Er ist zornig, weil die Kirche von dem Staat getrennt ist und das Land ist nicht moralisch. In dieser Geschichte da ist der Adventismus aktiv und sie haben eine Stimme. Und Ellen White und andere, sie sagen deutlich, dass die Nation unter dem Gericht Gottes steht, wie das Gleiche hier. Beide Seiten, die evangelischen Kirchen und der Adventismus sagen, dass hier, dass das Gericht Gottes ist. Aber sie haben komplett verschiedene Gründe für dieses Gericht. Eine Seite sagt, es ist wegen dieser Trennung von Kirche und Staat und der Moralität. Und Ellen White sagt, Gott ist zornig auf die Gemeinden und der Grund, warum sie zornig sind, zornig auf die Nationen, aber im Speziellen auf die Kirchen, ist wegen der Sklaverei. Und Gott wird nun das tun, was auch immer er tun muss, um dahin zu kommen, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Also sie haben zwei verschiedene Botschaften. 1861 diese evangelischen Leiter beziehen sich oder wünschen sich jetzt diesen religiösischen Satz. Also die evangelikalischen Leiter, sie wünschen sich hier diesen religiösen Satz. Und der Kongress entscheidet sich jetzt dafür, dass dieser Satz heißt, in Gott vertrauen wir. Und das ist diese Einführung dieses Satzes in dieses amerikanisches Sein. Die Demokraten sind hier am Gewinn. Und Gettysburg ist hier ein Wendepunkt. Und die Republikaner fangen an, dass sie gewinnen. Unter Gott diese Rede von Gettysburg da tut Abraham Lincoln dieses Konzept der Gottheit einführen. Und zwar, dass diese diese Autorität der Nation sei. Und man hat den Anfang dieser nationalen Reformbewegung. Die evangelikalischen Leiter fürchten sich vor diesem Gericht und diese tun sich deswegen dazu entschließen, Kirche und Staat zusammenzubringen und die Moralität durchzusetzen. 1864 dieser Satz in Gott vertrauen wir fängt jetzt an gedruckt zu werden oder auf ihre Münzen geprägt zu werden. Und hier tut sich die nationale Reformbewegung organisieren. 1865 tut der Kongress ein Gesetz verabschieden und zwar das, das wir in Gott vertrauen. Dass dieser Satz jetzt auf die ganze Währung gedruckt werden muss. Welche die Währung, die so groß ist, wo dieser Satz draufpassen würde. Das hier ist unser Mittelpunktstudium. Also das ist die Bürgerkriegsgeschichte, die wir in unserer Geschichte verstehen wollen. Von einer nationalen Krise bis zu der Etablierung einer Diktatur. 1868 wir kommen hier, wir nehmen die 151 und hier sehen wir, wie in diesem Jan in der Verfassung die männlichen Pronomen beigefügt werden. Im 14. und 15. Zusatz der Verfassung , wo sie den schwarzen Männern die Stimme gibt. Das Wahlrecht. Und sie wollen damit sicher gehen, dass es nur schwarze Männer sind, die das Wahlrecht haben. Also das ist das Studium über die 151. Dann kommen wir zu 1948. Menschen tun jetzt hier aufwachen, dass es da noch einen weiteren Krieg gibt. Und zwar unterschiedlich von der Art, wie früher gekämpft wurde. Und in dieser Geschichte dieser nationalen Krise dann hat man wiederum die evangelikalen Leiter, die zusammenkommen und sie tun dazu, dafür pushen oder drängen, dass Kirchenstaat vereint werden und dass die Moral durchgesetzt wird. Denn sie sind beängstigt, dass die Vereinigten Staaten wieder sich unter dem Gericht Gottes befindet. Also das hier ist jetzt diese Einführung des Untergott-Satzes wie er zu diesem Treueschwur beigefügt wird. Und auch, dass in Gott vertrauen wird, wie es ein nationales Motto wird. Und das sind diese zwei Thematiken. Wenn man diese Geschichte hier studiert, es ist so voll von den evangelikalischen Kirchen, wie sie ihren Weg in die Politik reindrängen. Das ist, wo Billy Graham seine Arbeit verrichtet. oder diese nationalen Frühstücksgebete, diese Versammlungen. Oder dass politische Sitzungen mit Bibelstudium und Gebet angefangen werden. Das ist die Geschichte der 1950er. Und es ist eine direkte Auswirkung des Kalten Krieges. In dieser Geschichte hier und auch in unserer eigenen ist der Adventismus ruhig. Sie sind tot. Also es gibt keine Pioniere, die hier protestieren. Und wenn es da niemanden gibt von Gottes Volk, der das ausruft, dann müssen die Steine es tun. Und wenn ihr verstehen wollt, was jetzt passiert, dann reden wir über 1996, zwei Informationsströme. Warum muss es denn da überhaupt einen externen Strom geben, dass sie die Botschaft geben, wie sie sie geben, in Bezug auf dessen, was in den Vereinigten Staaten passiert. Dieser wahre Strom sind diese Steine, die ausrufen. Denn Gottes Volk befindet sich nicht in einem Zustand, wo sie die Botschaft geben können. So eine neue Botschaft wird hier geformt, eine neue Organisation, hier genau zur rechten Zeit, hier in 1948. Und sie werden genannt, Amerikaner vereinigt für die Trennung von Kirche und Stadt. Und diese Gruppe befinden sich heute an der Front dieses Kampfes. Und sie protestieren gegenüber das, was hier passiert zwischen Donald Trump und den Evangelikalen. Also möchte ich das jetzt hier anwenden. Ich möchte hier sehen, dass ihr seht, dass es zwei Thematiken oder Probleme gibt. Eine ist Kirche und Staat. Und das zweite ist diese Thematik über die Diskriminierung. Ellen White hat gesagt, um es hier in meinen Worten wiederzugeben, der gleiche Geist, die die schwarzen Bevölkerung in der Sklaverei verspielt, ist nicht tot, aber am Leben heute. Also der Geist ist da, obwohl die Sklaverei abgeschafft ist. Und dieser gleiche Geist der Unterdrückung wird noch in vielen Gedenken, Gedanken oder Köpfen gehegt. Und sie tun einfach nur auf eine weitere Möglichkeit warten, wo sie wieder unterdrücken können. Und in den 1890ern haben sie diese Möglichkeit wieder erhalten. mit der Lehre gleich, aber dennoch getrennt. Und mit dieser Lehre da sagen sie, dass schwarz und weiß gleich sind, aber dennoch getrennt. Und sie meinen das jetzt nicht, aber in der gleichen Zeit, wo sie ein Aber reinsetzen, dann tun sie jede Entschuldigung verlieren, dass sie hier gleich sagen können. Und ich möchte, dass wir hier dem bewusst sind, dass sie sagen, gleich, aber getrennt. das ist die Art und Weise, wie wir heute unterstützen, dass jemand höher ist und jemand anders tiefer ist. Wir würden sagen, ein Mann und eine Frau, ein Mann und seine Frau, sie sind gleich, aber das ist genau das gleiche Denken. Und ich möchte, dass wir das hier sehen, oder das wollte ich hier aufzeigen. Also das ist, was in den 1890ern reinkommt. 1951 bis 1954 haben wir hier dieses Gerichtsverfahren, welches hier anfängt. Und dieses Gerichtsverfahren ist Braun gegen die Schulbehörde. Und sie gegen diese Lehre an, diese Lehre von der Gleich, aber dennoch getrennt. Und 1954 gewinnen sie dann diese Gerichtssitzung. und das tut genau mit unserer Dispensation oder Teilseite übereinstimmen. Also wir wissen genau, warum man die Bewegung der christlichen Rechte oder ja hat, warum wir sie heute aktiv haben und was die Thematiken dort sind, die sie vertreten. Wenn wir zurück zu dieser voranschreitenden Prinzip gehen, da gibt es eine Einstellung hinter der Sklaverei. Diejenigen, die hinter der Sklaverei stehen, sind sehr religiös und sie werden es mit Bibelargumenten bezeugen. Sie sind dazu gezwungen zu stoppen, aber das heißt nicht, dass die Einstellung sich geändert hat und es tut sich in der Rassentrennung zeigen. Sie sind dazu gezwungen aufzuhören, aber die Einstellung hat sich nicht geändert und die evangelikalen Leitern nehmen das auf. Jerry Farrell ist der Leiter und er tut dies alles in seiner Bewegung die moralische Mehrheit bezeugen. Und diese moralische Mehrheit, diese Bewegung, sie hat einen Tod erlitten. Das heißt aber nicht, dass die Einstellung sich geändert hat. Jerry Farrell Jr. Donald Trump unterstützen mit 81% der Wahlen der Evangelikalen. Das sagt sich aus, dass jeder, der Trump unterstützt, auch gleich ein Rassist ist. Aber es ist entweder ein Rassist oder jemand, der ignorant ist. Und die Ignorant ist entschuldbar, aber wir müssen geschult werden und sehen, warum sie Trump unterstützen. Was ist so besonders an Trump, dass er Anspruch findet bei 81% der Evangelikalen? Also wenn wir das jetzt in unsere Geschichte bringen, Ich möchte nochmal zurück gehen zu 1979, wo wir unsere Reformlinie anfangen. Und wir können das hier zehn Jahre markieren. Wir können das mit dem Informationskrieg machen, mit Afghanistan, Iran und Irak, viele verschiedene Ebenen. Unser Gleichnis hier ist die Kirche und der Staat. Und das ist die moralische Mehrheit, diese Bewegung. In 1979 wird sie geformt und organisiert. Und Jerry Farrell ist der Leiter davon. Wir haben ihn gestern zitiert, als er über die Rassentrennung gesprochen hat. Er hat über diese Gerichtsverhandlung zwischen Braun und der Schulbehörde gesprochen. Und er hat gesagt, dass Bundesverfassungsgericht niemals die Rassentrennung geändert hätte, wenn sie Bibelzitate verstanden hätten. Man versteht vom Anfang an, das Argument, was er sagt, wenn das Bundesverfassungsgericht verstehen würde, mein So sagt der Herr, dann hätten sie die Rassentrennung nicht geändert und würden nicht gegen den Willen Gottes gehen. Und er tut es von einem Pult predigen in einer Kirche und zwar von der Bibel aus. Er sagt, ich habe ein, so sagt der Herr, dass der Herr eine Linie gezogen hat, die trennt zwischen Rassen, die wir nicht, über die wir nicht heraus sollten. Er sagt, wenn wir diese Linie der Trennung niederbrechen würden, dann würde die weiße Rasse zerstört werden. Also tut er den jüdisch-christlichen Westen schützen. Und er sagt, wir müssen ihr in einen Kulturenkrieg eintauchen. Das ist genau die gleiche Mentalität oder Einstellung und Sprache von allen, die hinter Steve Bannon steht, Donald Trump und den christlichen Rechten. Er attackierte Martin Luther King, einen linken Sozialisten, dass das hier Zerstörung und Gewalt über unser Land bringen würde. Dann taucht er in Verschwörungstheorien ein und sagt, dass Martin Luther King Junior ein Spion der Kommunisten sein würde. Sie tun die Rassentrennung so dagegen angehen, dass sie private christliche Universitäten aufbauen, sie an der Regierung vorbeigehen können und trotzdem dennoch dann ihre Kinder von den anderen trennen können. 1971 das Bundesverfassungsgericht entscheiden, dass wenn eine private Schule Rassentrennung vornimmt, dann müssen sie Steuern zahlen. Jerry Falwell war so ärgerlich, er sagte, dass in einigen Staaten es einfacher wäre, einen Massagesalon zu eröffnen, es heißt jetzt nicht, dass wir die Massage da so unterstützen, dann eine christliche Schule hat, ich höre es nicht, dass man keine therapeutische Massage hat, oder wie? Also man muss heute vorsichtig sein, wenn man ihre Version der Geschichte lest, dann sagen sie, es geht hier alles nur um die Abtreibung, Roe vs. Wade Roe vs. Wade It's a Supreme Court case, legalized abortion Okay, es geht hier um eine Gerichtsverfassung, Entschuldigung, einen Gerichtsentschluss oder, ja, they've tried to rewrite their whole history und sie haben versucht hier die ganze Geschichte neu zu schreiben but some of those evangelicals who were there, aber einige der Evangelikalen, die hier da anwesend waren, sie haben gesagt, any of those meetings that formed the moral majority, alle diese Treffen, die die moralische Mehrheit gegründet haben, dass die Abtreibung nicht einmal erwähnt wurde. Paul Wyrick hat einmal gesagt, ich habe versucht, dass die Menschen in der Abtreibung daran interessiert sind, aber niemand der evangelikalen Leiter kümmerte sich darum. der Kulturkrieg fing an mit dem Ende der Rassentrennung, nicht unbedingt mit der Thematik der Abtreibung. Jerry Falwell sagt, wir kämpfen einen heiligen Krieg und wir werden die Regierung übernehmen und die christliche Rechte etablieren, so dass wir unseren Weg hier durchdrehen können und zwar in der Regierung der Vereinigten Staaten. 1979 tun sie diese moralische Mehrheit gründen und diese evangelikalischen Leiter fangen jetzt eine politische Karriere an und ihr erster Sieg ist, dass sie Ronald Reagan hinkriegen, dass er gewählt wird und der zweite Sieg ist jetzt, dass George Bush dann gewählt wurde. 1989 sagt Jerry Farrow dass wir unsere Mission erfüllt haben. Die christliche Rechte ist sehr gut etabliert und es wird hier dann auch so bleiben und somit tun sie die christliche Mehrheit dann auflösen. 1994 ist es sein Einfluss auch mit der Universität die Freiheit heißt. Diese zwei waren hinter diesen Chroniken über die Clintons. 1996 tut er diese Kampagne anfangen die sagt Gott schütze oder rette Amerika. Jetzt machen wir eine Anwendung auf unsere Geschichte. am 11. September hat man eine nationale Krise. Wir sind zum Ersten Weltkrieg gegangen um auch aufzuzeigen wie in dieser Geschichte auch der Krieg an der Westfront anfängt. Es ist die Zeit der nationalen Krise. Gottes Gottes ist die tot, dass sie ihre Stimme verlauten lassen. Also es ist wiederum diese Organisation hier 1948 1848 da tun sie eine Zeitung heraus und sagen ich weiß es ist eine nationale Krise aber benutzt diese Krise nicht als eine Entschuldigung um die Kirche und den Staat zusammen zu bringen denn sie wissen bereits schon was dabei ist zu passieren und sie waren korrekt und es sind die gleichen evangelikalischen Leiter es ist immer jetzt noch zu der Zeit Jerry Farrell aber sein Sohn Jerry Farrell Junior fängt auch an da jetzt mitzumachen und es sind auch Billy Grahams Kinder jetzt es ist also dieses gleiche Netzwerk der evangelikalischen Leiter Billy Grahams Tochter wir haben als Nation Gott abgelehnt deswegen hat Gott uns abgelehnt und er nimmt uns seinen Segen weg also hat Gott es erlaubt dass der 11. September passiert um zu zeigen dass wir ihn brauchen sie sagt Gott hat Amerika sich selbst überlassen wegen Transgender Personen oder dass sie die Evolution lehren oder die Homosexualität die Vereinigten Staaten tun ihre Faust in das Gesicht Gottes strecken und ihm sagen dass er sich von unseren Politiken fernhalten soll hat Amerika überhaupt Platz in den amerikanischen Politik nein sie sagt wir sagen Gott dass er sich von unseren Schulen fernhalten soll hat Gott einen Ort oder Platz in den öffentlichen Schulen wie unsere Pioniere sagen nein das wäre Kirche und Staat geht aus unseren Geschäften raus muss Gott in Wall Street anwesend sein nein all diese Gründe die sie auf für die Attacke des 11. September sind genau die gleichen Gründe die evangelischen Leiter im Bürgerkrieg vorbrachten wir haben Gott gesagt dass er sich von unserer Regierung fernhalten soll und wir haben zu viele schwule Leute ihr Bruder er ist ein bisschen mehr direkt und er wird einfach nur sagen es sind die Schwulen oder diejenigen die die Abtreibung vornehmen die Feministen und unsere weltliche Gesellschaft Jerry Farrell es ist das Gericht Gottes wir haben den 11. September verdient er sagt ich tue meinen Finger in euer Gesicht zeigen in das Gesicht einer Lesbe oder einer Feministin oder eines Heiden also jemand der Atheist und dann sagt er das ist deine Schuld Pat Robertson und tut mit ihm übereinstimmen also diese Geschichte hier wurde bereits schon kreiert und man hat viele wie Steve Bannon zum Beispiel die das hier was abgeht als Krieg sehen es ein Kulturen Krieg und wenn sie es nicht gewinnen dann werden sie den jüdischen christlichen Westen verlieren und diese gleiche Einstellungen gegenüber der Gerichte Gottes welche von den Verschwörungstheorien unterstützt werden wir haben über die Hurricanes gesprochen oder dass diese passieren weil es dort Schwulenparaden gibt ich habe diesen Gedanken schon gehört in dieser Bewegung habe ich diesen Gedanken gehört dann wisst in welcher Gefahr wir uns befinden es ist der Ulay und der Hidekel und wir können nicht von beiden trinken das was vor kurzem rausgekommen ist welches über Fox News mitgeteilt wurde welches wissen sollte dass Kirche und Stadt getrennt sein sollte das tun sie aber nicht sie tun die Gedanken mitteilen dass die Waffengewalt nicht daherkommt dass es Waffen gibt sondern es weil wir Gott von der Gesellschaft entfernt haben und dass wir zu weltlich geworden sind sie sagen wenn die Menschen einfach nur Gott kennen würden und was Gott darüber sagt wie wir uns miteinander verhalten sollen dann wissen sie dass sie wir uns gegenseitig nicht wehtun sollten und diese linken Atheisten was ist ihre Antwort weil sie sagen du hast deinen Gott benutzt so sagt der Herr deine Idee über das was Gott sagt dass er möchte um gegen die Bürgerrechtsbewegung vorzugehen also sagt uns nicht was Gott möchte und sie sind recht sie sind richtig Fox News hat auch das Argument aufgebracht es ist hier noch etwas deutlicher oder ernster dass es wegen der Zerstörung in den Heimen und sie sprechen hier vor allem die Rolle von Mann und Frau an in Gott vertrauen wir fängt alles hier an unter Gott am 11 September da fängt es alles wieder an nur vor dem 1. September September praktisch ist es dann alles am 11 September oder wegen dem 11 September dann eskalierte ist dass diese Bewegung einen Satz in die Schulen eingeführt hat Staat nach Staat hat dieses Gesetz erlassen welches alles im Jahre 2001 in Mississippi anfing dass fast jeder Raum in jeder Schule diesen Satz in Gott vertrauen wir angeschrieben haben muss dieser Politiker der dieses Gesetz durchgesetzt hat hatte als Entschuldigung vorgebracht dass diese Nation als eine christliche Nation gegründet wurde und ich hoffe dass wir alle wissen wo wir in dieser Thematik stehen seine zweite Entschuldigung war dass wir es bereits schon auf unserer Währung haben wiederum ist da so ein Push oder Drängen von den evangelischen Leitern durch die Regierung um Kirche und Staat zusammen zu bringen und es passiert in dieser Geschichte einfach nur vor 2014 da waren die Demokraten dabei zu gewinnen Obama ihr könnt euch erinnern wir haben über zwei Gleichnisse gesprochen die sich in einer Geschichte befinden können Abraham Lincoln ist gut wenn es über die Sklaverei geht und er ist schlecht wenn es um Kirche und Staat geht wir reden hier über Kirche und Staat also in diesem Kontext da sehen wir hier es gut ein Demokrat zu sein Obama also den Bürgerkrieg gewinnt und wie antwortet er auf diese Sätze oder diesen Satz ich möchte hier Steve Bannon zitieren und er macht diese Aussage im Jahr 2014 wir sind in einem offenen oder wir sind in einem Krieg gegen den Islam aber auch den Sozialismus und den Atheismus und warum würden sie einen Krieg gegen den Atheismus kämpfen und er tut dies einen Krieg kennen wir müssen die Kämpfende Gemeinde kreieren die diesen Krieg kämpft für unseren Glauben oder wir sehen die Zerstörung des jüdisch-christlichen Westens im Jahr 2014 und auch wir haben bereits schon andere Studien dieses Jahr darüber gemacht Dann kann man sehen diese Bewegung die 2014 anfing und dann weiter ging und die auch Donald Trump 2016 dann zur Wahl verhalf Obama was war seine Einstellung gegenüber diesen Sätzen auf den 150 Jahrestag der Rede von Gettysburg diese Rede nochmal wiederholt und er tut extra die Worte unter Gott rauslassen er sagt sie nicht dann dann tut er das Motto der Vereinigten Staaten sagen und er sagt nicht in Gott vertrauen wir und er sagt aus vielen eins und Stück für Stück hat Obama Stück für Stück die letzten 150 Jahre von Kirchen Staat bröckeln lassen auseinander gebrochen für jemanden wie Steve Bannon Jerry Farwell Junior das ist der schlimmste Albtraum man hat einen schwarzen Präsident der 150 Jahre progressive Arbeit um Kirchen Staat zu vereinen einfach so auseinander bricht Wir werden jetzt hier nicht durch die Beweise für 2014 dass wir da durch gehen und was hier mit Steve Bannon passiert ist und Cambridge Analytica und die evangelikalischen Leiter Aber wenn wir Leah Caravan zitieren sie ist die Leiterung von dem nationalen Gebets corpus sie sagt die Trennung von Kirche und Staat ist ein liberaler Plan um Amerika zu zerstören 2016 ist es dann abgeschlossen Donald Trump wird gewählt und wenn er diese Wahl gewinnt dann tut sein geistlicher Berater Paula White dann tun diese ganzen evangelikalischen Leiter in dem Hinterraum für ihn beten da sagt sie hat noch nie gesehen wie diese evangelikalischen Leiter sich vereinigt haben zu so einer ja so weit oder zu diesem Ausmaße seit dem 11. September 2014 2014 war der Anfang einer Bewegung also auch der Anfang einer Botschaft intern da ist eine Botschaft ein Ruf der 2014 anfängt Anfangen ist es noch nicht so ganz deutlich aber während es dann anschwellt dann fangen an mehr und mehr Leute fangen an es zu erkennen es hören und dass sie auch ihre Stimmen dabei fügen extern da fängt auch ein Ruf auch ein Ruf fängt an man könnte sagen Dieser Ruf ist um Amerika wieder groß zu machen um Amerika wieder groß zu machen es ist die gleiche Botschaft wie zu sagen eine nationale Reformbewegung um zu sagen mach Amerika wieder groß ist zu sagen dass Amerika erneuert oder Reformen braucht es ist nationalistisch es ist eine Bewegung und es handelt alles von Reform um zu sagen wenn man sagt zu Reformen dann bedeutet es dass man etwas nimmt was geformt wurde und man ist wieder zurück zu seiner originalen Form modelliert das hier ist der Anfang einer Bewegung aber sie sind hier noch nicht organisiert das hier ist der Anfang einer Bewegung und sie brauchen auch Zeit dass ihr Ruf anschwillt intern und extern da gibt es eine Botschaft und im Jahre 2016 dann kann man diese auch aufzeigen oder sie hatten ihre Zunahme der Kenntnis momentan findet etwas statt das wird Projekt Blitz genannt jeder von uns wenn du es nicht bereit schon weißt sollte diese Organisation recherchieren Ungefähr im Jahre 2015 2016 haben sie sich zusammengefügt sie sagen wir wollten dies schon seit einer langen Zeit aber jetzt haben wir eine Regierung in der USA die mehr bereit ist die Dinge anzunehmen als irgendeine wie in den letzten 30 Jahren also diese Regierungsform die ist mehr aufgeschlossen der gegenüber und wir fangen jetzt gerade erst an das ist ein sehr kraftvoller Moment ich zitiere jetzt hier den Direktor von dem Projekt Blitz oder dieses Person ist Lea Caravan welche auch bereits schon sehr deutlich gesagt hat dass jegliche Trennung zwischen Kirche und Staat abgebaut werden muss und zu ihrer Stimme fügt sie hinzu oder sie stimmt ihre da gibt diesen drei Schritte Plan Projekt Blitz wo kommt Blitz denn her woran erinnert es uns es ist der Blitz Krieg es ist eine deutsche Kampftechnik es bedeutet schnell zu attackieren mit immenser Kraft deinen Feind zu überraschen und ihn zu überwältigen und das ist genau das was sie in dieser Geschichte hier und der erste Schritt ist in Gott Vertrauen wir einzuführen in jeden Klassenraum aber nicht nur in den Schulräumen sondern durch die ganze Nation damit überfluten erster Schritt ist in Gott vertrauen wir der zweite Schritt ist dass man in die Schulen reingeht und neu reformieren damit wie Leute denken von was sie denken was Amerika ist da eine neue Gedankenform darüber zu bringen die Lehren über die Bibel mit einfließen lassen und die Kinder zu lehren dass wir eine christliche Nation sind und dass wir auch so geformt waren der dritte Schritt welches sie die Mississippi Missile Missile 9-11 it started with Mississippi ok also der dritte Schritt wird Mississippi Rakete genannt beziehungsweise es fing mit 11. September an aber es endet ja auch Mississippi hier ist wo sie in Gott Vertrauen wir einführen und sie haben das hier die Rakete von Mississippi genannt und ihr Konzept ist dass sie eine Petition einreichen wollen in die Regierung nämlich konservative Republikaner um anzufangen Gesetze der Regierung zu verändern in Bezug auf Rechte für die Mehrheiten das ist ihr letzter Schritt 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 1 haben sie schon sehr gut fertig gestaltet oder zustande gebracht dieses gleiche Gesetz hier am 11. September 2001 also 2001 also es war nicht buchstäblich im September dieses Jahres also dieses Gesetz über in Gott Vertrauen wir in Mississippi wird 2017 in Arkansas verabschiedet und es ist das Gesetz 9-11 Donald Trump hat hier gehört über diese Einführung der Bibellehre in die öffentlichen Schulen und dass es in einem Staat angefangen hatte und er hat das Kommentar gegeben dass wir anfangen uns wieder zurück zu wenden so hat er es genannt das ist ein Anfang zurück zu gehen wieder groß zu werden also was meinte hier Donald Trump wenn er sagt mach Amerika wieder groß zu welcher Geschichte möchte er wieder zurück gehen was ist ihre Geschichte über was sie denken was Amerika ist ich würde vorschlagen das ist eine Kombinierung ein Zusammenkunft von Kirche und Staat ist und wir sehen diesen gleichen Push in den 1950ern und auch in dem Bürgerkrieg denn er sieht dass wenn die Schulen anfangen die Christenheit zu lehren das ist seine Verheißung hier erfüllen um Amerika wieder zurück zu einer größeren Zeit zu führen ich möchte dass wir sehen was die Rolle Donald Trump hier ist wir haben die Reformlinien nicht im Detail hier behandelt wir wissen dass in jeder Dispensation dass es eine Zunahme Erkenntnis gibt eine Formulierung und dann ein Test in unserer Geschichte Zunahme der Erkenntnis Formulierung und dann der Test und es passiert alles in folgendem Kontext es passiert in diesem Kontext wo man einen schwarzen Präsident hat der abgelehnt wird dass eine mögliche Frauen Präsident ja auch abgelehnt wird und dann sehen wir wie ein weißer evangelischer Leiter hier reinkommt und man ist und er ist auch Mann er hat also eine Basis als Evangelikaler nimmt Donald Trump und führt ihn zurück zum Anfang unserer Reformlinie 1979 ich glaube da ist er so Anfang seiner 30er er ist sehr jung und das erste ernste journalistische Interview oder dass die Journalisten in seine Geschäfte eingetaucht haben und darüber Bericht schreiben wollten wurden gerade zu dieser Zeit erst statt fanden zu dieser Zeit erst statt wir könnten jetzt darüber sprechen wie er versucht hat den Journalisten zu bedrohen oder auch zu bestechen das hat seitdem sich nicht geändert aber ich möchte euch hier sagen was diese entdeckt hatten damals da gibt es zwei große Schriftstücke die geschrieben wurden im Jahre 1979 die über diesen jungen Entwickler oder jemanden Bauunternehmer schreiben und sie tun ihm zwei Dinge an lassen das erste dass er diese ganzen Hotels und Apartments hat und es ist sehr schwer darin ein Zimmer zu kriegen wenn man nicht weiß ist und sie detaillieren hier dass er eigentlich ein Rassist ist in seinen Geschäftspraktiken und dann sagen sie also das zweite Problem ist dass wenn eine Familie dort reinziehen möchte dass sie nur praktisch dieser Familie das Apartment oder Zimmer geben würde wenn sie das Einkommen des Mannes betrachtet haben 1979 wird er bereits schon als Rassist und Sexist offen dargelegt 1989 macht er die ersten Zugestände oder tut er als erstes erwähnen dass er Präsident sein möchte er geht dann Bankrott und die Pläne werden verspätet aber wir hätten Trump bereits schon 1989 als Präsident haben können und wir hätten eine viel kürzere Reformlinie gehabt aber aber Januar ist er auf dem Cover von dem Time Magazin als wieder ein weiteres Schriftstück die seine Trumpfkarte sozusagen hält also was ich hier aufzeige ist dass wir ihn an Anfang unserer Reformlinie markieren können und die Thematiken oder Problematiken sind die gleichen also wir kommen heute zu unserem Heilszeitalter 2014 bis 2019 und die externen Ereignisse geben uns den Einblick was für eine Art von Test wir entgegen gehen denn viele in dieser Bewegung die Mehrheit des Adventismus oder eine Organisation die der Adventismus geformt hatte um den Kirchenstaat zu protestieren sind alle jetzt auf dieser Seite des Problems sie sind die tun Donald Trump unterstützen und sie sehen Logik in seinen Argumenten und können den Sexismus und Rassismus darin nicht erkennen aber das Problem ist dass die Prophetie sagt uns genau wer er ist und genau was er tun wird und warum er es tun wird und er sagt uns auch dass diese zwei diese Erklärungen warum das Gericht sind komplett konträr sind also wenn wir zu unserer Zeit und der Adventismus dann sagt dass es da Hurricanes gibt weil es da Schulen Paraden gibt und es da keinen Sinn gibt zu einem Test über das Sonntagsgesetz dann haben sie bereits schon Fehlschlag erlitten die thematischen Probleme in unserem Heizzeitalter kann man in so vielen Ebenen oder Wegen sehen sind die thematischen Probleme über die Verschwörungstheorien Rassismus und Sexismus denn wenn es nicht die Ignoranz ist und ich meine das hier jetzt sanft wenn es nicht Ignoranz ist ist das der Hauptgrund von dem was Donald Trump sagt wir werden jetzt abschließen in unserer zweiten Präsentation da wird es viel Informationen geben die wir schnell behandeln müssen ich hoffe dass Menschen recht schnell zurückkommen danke lasst uns im Bild niederknien himmlischer Vater danke für unsere Segnungen danke für diesen neuen Tag ich bitte dich dass du unsere Studien segnest helfe uns zu verstehen und in Einheit zu sein ich bitte das in Jesu Namen Amen Amen